Bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund gibt es insgesamt 12 Entscheidungen für die besten Skijägerinnen und Skijäger der Welt. Punkt. Der Medaillenspiegel der Weltmeisterschaft zum Durchklicken. 3x Bronze 1x Silber 1x Silber 1x Silber 1x Bronze 1x Gold 1x Gold 1x Gold 2x Gold 1x Silber 2x Bronze 2x Gold 3x Silber 1x Bronze. Bis zum nächsten Mal.